Mein Name ist Bianca, ich bin bei der Raven 51 AG und die startet ja dieses Jahr eine tolle Weihnachtsaktion mit Spenden für bestimmte Institutionen. Und da gibt es halt einen tollen Verein, der heißt Kindertaler und der unterstützt Familien, die nicht ganz so viel Geld haben und sich nicht alles leisten können. Gerade für die größeren Projekte oder die laufenden Projekte, wie zum Beispiel das Lesezimmer, da sind wir auf Spenden angewiesen und wissen es ganz besonders zu schätzen, dass sie heute bei uns sind. Wir haben Einzelförderung, das sind wirklich konkrete Kinder dann, die irgendeinen Bedarf haben, Fußballschuhe, zum Teil sogar Kleidung und dann haben wir größere Projekte. Wenn wir ganz akut eins laufen, da geht es um Schwimmunterricht. Dann sind viele Kinder ganz unterschiedlichen Alters, die nicht schwimmen können. Und wir sind der Meinung, dass Schwimmen können eine ganz elementare Fertigkeit ist, fast so wichtig wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich muss auch sagen, es spricht für Ihr Unternehmen, für ihre Firma, dass sie solche Initiativen ins Leben rufen. Das finde ich wichtig für ein Unternehmen, weil auch Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung, finde ich.